Was aber was geht Leute? Black Ops 4 Leute, PC, Beta, hoffentlich gefällt es euch, abonnieren, weiter empfehlen, blablabla, den Rest kennt ihr ja schon. Das lassen wir jetzt einfach mal drinnen, hab ich nicht hier was frei bekommen. Bitte komm schon jetzt mal was anständiges wieder. Ich war gerade in der Lobby, die war einfach zu heftig für mich. Ich finde, seine Fähigkeit ist nice. Also, die eine Fähigkeit dieser Stacheln, kennt ihn der aus Black Ops 3, wo er von oben, bap, alle die da rum sind, sterben. Und die zweite finde ich einfach nice, wo er diesen Enterhaken oder so hat und sich hinziehen kann, wo er hin will. Das finde ich ist nice. Das ist echt nice. Das erinnert mich leicht an Titanfall 2, da gibt es ja auch diese Fähigkeit mit diesem Enterhaken. Nur, das ist es nicht. Das sind die ja Leute. Just another day in the office. oh da kommt der eine mit bazooka alles klar was ist denn da los hat er in nur so ey das ist doch sooo ein Hundesohn alle sooo ein Hundesohn ganz ehrlich irgendwie kommen hinter mir leute hinterher aber dann was ist das alle teammitglieder keiner merkt das ist das so schwer für die Hurensöhne meine Fresse sie sehen es sogar dass er dahin geht nein kein juckt es kein juckt es einfach was ist das für eine Lobby schon wieder Hurensöhne und Teammitglieder du brauchst nicht mal raffen einfach du brauchst nicht mal raffen einfach du brauchst nicht mal raffen einfach ich bin wieder traurig einfach ah diese Granatenwerferfähigkeit finde ich auch aber die spiel ich irgendwie gar nicht die spelers mit 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 körper klar komm schon du Granatenwerfer nutter alle Immer diese Leute, die mit Granaten rumwerfen wie Uwe sind Das ist eine Gehörte, nicht uns Danke für den Tipp, das ist ja nicht uns gehört Ey, ist das so ein Hurensohn, ganz ehrlich Immer mit Sniper, irgendeiner Hä, von wo? Wie ist das? Ich schraff nicht, wo die sind grad auf einmal Ey Das sind drei Leute, keiner hielt das jemanden an, wollen die mir sagen Was ist das so? Das ist mein Schrickmischen wieder aus als Gold Einfach nur lächerlich Der weiß, der muss sich selber rein übrigens Oh komm, von hinten noch Oh komm, von hinten noch Was? Nein, oder? Nein, das ist jetzt schade Was? Wo sind sie denn hier hingehen? Die hinten waren grad alle So und so verkacken wir aber Gerne Ich mach meine Kills Ich mach meine Kills Geh weiter Das ist doch kein Black Ops mehr so richtig Die legen sich alle hin, wenn ein Gegner kommt Was ist das heute? Ich leg mich doch auch nicht hin, wenn immer ein Gegner kommt Das ist eklig Das ist doch schon gut Okay, ich hab ihn wirklich zu spät gesehen Okay, ich hab ihn echt zu spät gesehen Boah, das war jetzt auch nicht mein Sinn Na eigentlich schon egal Das war jetzt auch nicht mein Sinn Ich wusste es nicht. Oh, ich bin jetzt nicht geboren. Komm schon. Was? Oh, hinter uns! Okay, alle sind abgelenkt, die Gegner, und keiner schießt auf die. Schon wieder so ähnlich. Von wo? Achso, da war noch einer. Graf! Ja, der Boden war. Alles klar? I was für ein paar Abgekehr. Was ist das? Was ist das? Komm schon, alle. 20 Kilo. Das ist eine gute Quote eigentlich. Eins. Oh, komm schon. Der Typ ist der Sniper wie immer, alle. 2 Kills und jetzt. Ich habe auch 2 Kills gemacht. Okay, 3. Das reicht nicht. 4. Ja, okay. Aber der spielt mit einer Sniper. Das ist schon wieder ungerecht. Hoffentlich hat er euch gefallen, Leute. Das...